Donnerstag, der 1. August 2019, wird uns allen, glaube ich, in sehr, sehr guter Erinnerung bleiben. Vorausgesetzt zum einen natürlich, dass unsere Eintracht den Einzug in die nächste Runde schafft. Wir drücken unseren Adlerträgern fest die Daumen. Und noch eine große Besonderheit am heutigen Tag, denn der sechste Neuzugang wurde heute offiziell präsentiert. Seht selbst! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Freddy, ohrenbetäubender Lärm, du hast einen sehr, sehr großen Anteil daran. Glückwunsch zu diesem sechsten Transfer in dieser Sommerpause. Martin hat es gesagt, es hat sich ein bisschen hingezogen. Ein guter Ding braucht manchmal Weiler. Wie happy bist du, dass es zu dieser Einigung gekommen ist? Erstmal sind wir glücklich über alle unsere Neuzugänge, die bis jetzt da sind und zu uns jetzt stoßen sind. Es ist ein heißer Transfer. Sommer muss man ganz klar sagen, dass es mit Hinti noch geklappt hat. Wir waren immer guter Dinge und ein bisschen Geduld muss man haben über solche Sachen. Und wir sind sehr glücklich, weil er ein Riesengewinn für uns ist. Hinti, willkommen zu Hause in deinem Frankfurt. Ich glaube, bei uns in Österreich sagt man Ganselhaut dazu. Wie groß ist die Ganselhaut in dem Moment? Ja, einfach überragend. Ich bin endlich wieder zu Hause. Es fühlt sich gut an. Es ist einfach überragend. Schön, wieder hier zu sein. Es ist einfach überragend. Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Spiele hier. Es ist einfach geil, wie man hier zu spielen. Überwältigend. Danke, danke. Martin ist wieder zu Hause. Herzlich willkommen zurück. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin jetzt wieder zu Hause.